Und damit herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, mit Darchart, Manus, Sachse und Erli. Aber damit wir nochmal gewinnen, Leute, willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Kann man das eigentlich langziehen, das Wort? Nee, ne? Ich hab noch nie... Wie beim Wrestling. Wie beim Wrestling. Wir machen doch immer die Namen so. Das ist Boxen. Ey, ganz ehrlich, Alex. Du hast keine Stimme zum Tiefmachen. Beim Boxen sagen die das nicht immer. In der rechten Ecke... ...Rodje Klitschko. Nein, die sagen in der rechten Ecke... ...Hall Kogen. So denkt Alex. Und der Undertaker. Ey, nach seiner sechsten Abschiedstour hat er wirklich aufgehört. Ja, stimmt. Ja, aber der ist doch schon 84, oder? Ja, 184. Ach ja, unter der Tür. Ach ja, unter der Tür. Wenn der schon tot war. Woher willst du wissen, dass alle Bürokräume Tür sind? Oben? Ja, unterste Bürokräume. Ja, sind unten, glaub ich. Unten Bank, ja. Bonk? Ja, unten Bank, das meinte ich auch, das meinte ich auch. Unten Bank. Bank! Da können wir einen Song drüber machen. Der gibt's schon. Kleiner High, heißt der. Dam, dam. Ralex hat nie an der Schule besucht, deswegen kennt er das nicht. Boah, natürlich, ich kann meinen Namen tanzen. Habt ihr da heute... Ja, hört ihr was? Nein, aber es hat jeder... Auf so einem Alterstag gerade aktiver halt, jeder die Scheiße immer durchkriegt. Da war ich nicht mehr in der Schule. Da war ich auch nicht mehr in der Schule. Was für deine Schule? Nee! Wow! Du hast dir erst in drei Jahren die Rente eingezahlt! Ich würde doch sagen, ich zahl gar nicht in die Rente eing. Wow! Ich zahl... Toll, weißt du, wie soll ich denn dann leben in fünf Jahren? Nee, wenn ich Rente war, zahlen würde das ja viel zu tief. Vor allen Dingen du! Bring doch nicht! Willst du also, bis wann willst du YouTube dann machen, ey? Der ist Standard. Wollen wir mal die Wange drunter, ne? Wieso ist denn hier niemand? Nee, die Wange ist für große Gebäude. Ja, aktiviert man denn das... Ach so, alles klar. Da hast du das Special Visier. Aber das ist immer Thermo, ne? Nicht nur Smoke. Smoke ist halt nur das Feature, oder? Ja, ja. Hab den echt noch nie gespielt, keine Ahnung. Ist immer Thermometer. So, die Dings. Gesundheit. Danke weg. Mal gucken, ob die so schlau sind rauskennen. So, was kann ich für euch tun? Uiuiuiuiui. Wo kam das denn her? Von rechts, oder? Da. Da. Da und markiert. Hu! Satsanga, schnell auf! Haltet ihn auf! Satsanga! Ey, das ist gar nicht so schlecht. Da ist noch einer hinter dem Film. Saki, kannst du ein Stück nach rechts gehen, bitte? Und einer noch nach rechts. Jetzt schieße ich Manus gleich in den Kopf. Ich lege hinter dir, sagst du, wenn deine Treppe runterkommt. Ich gehe nach links, okay. Da kommt einer in die Treppe runter. Warum hat ein hässlicher Vogel? Jetzt geht er nach links. Schnauze! Hier, Leute! Lass! Hier, kriegt jemand! Ich hau mich weg! Was für ein hässlicher Vogel! Das ist hart! Ich bin schlecht. Irgendwie zeigt er sich nicht mehr. Ja, Trombos! 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 Jetzt siehst du halt das Gelbe. Wie Photoshop! Ne, das Gelbe siehst du doch immer. Ich mach hier auf! Nein, nein, nein! Doch! Doch! Nein! Der hat sich passiert! Wo denn? Sag doch mal wenigstens wo! Nein, nein! Sagst du weg! Er hat nicht weg! Er fickt der Winkel! Immer wenn du davor gestrichen! Drei Sekunden! Drei Stücke im Raum! Einer ist in der Person! Was?! Ja, du musst versuchen wirklich mit dem dann aufkommen zu ziehen. Okay, jetzt kannst du rein! Ich seh' nicht mehr! Ich glaub, er ist rot! Hast du das gesehen? Ja, ja! Da hast du vielleicht auch ein, zwei Schuss gegen das Gitter gesetzt! Ah, ja! Irre! Irre! Zunt den Knallern! War im Raum! Und denk dran, hinter den Schildern liegen wahrscheinlich Bären fallen! Nein! Einer ist hinten in der Tresor! Ah, der muss ja erstmal das Ding aufmachen! Frost ist auch noch da drin! Daxa, der muss ja die Tür aufmachen! Wir lassen da Alex machen! Ja, warte! Ich muss mal kurz nachladen! Wo ist denn der? Ja, jetzt ja wenn du pumpst nicht! Ich glaub ich einfach nicht so was! Nein! Und denk das im Raum! Und denk das im Raum! Du musst das im Raum! Im Raum! Der hat nur noch eins! Der hinter dir kommt! Der Anrufer ist im Haus! Den musst du wirklich nur einmal anpupen! Geh nicht so schnell! Denkt euch nicht in den Bärenfalle rennen! Easy peasy! 50 Sekunden hast Zeit! Oh shit! Nein, ist nicht! Ist safe! Die hat auf jeden Fall zwei im Raum wahrscheinlich auch! Zwei im Raum sind selten! Jetzt nimmst du ganz locker flockig deinen Revolver! Geh nicht durchs Fenster! Geh nicht durchs Fenster! Geh nicht durchs Fenster! Ja, guck mal rein! Er kann ja reingucken! Geh nicht ins Licht, sagst du! Da dürfte keine Metal hinterliegen! Eines nicht! Okay! Deine Runde! Der wird nervös! Eins los! Du hast nur 18! Wenn du die erst killst! Nimm die Waffe! Ich denke, da ist eine Falle! Schieß nicht auf die Falle! Schieß nicht auf die Falle! Er sitzt in der Ecke! 5 Sekunden! Du musst nicht! Mach keinen Stress! Warum machst du Stress? Er ist doch im Raum! Er hat unendlich viel Zeit! Scheiß! Bisher werde ich Bombe legen! Ah, schade! Ich glaube, er hat nur 2 auf dem Weg oder so! Ah, das wäre echt schade! Wow! Hätte ich echt mit der Schulter gekillt im WTF! Ja, die Schulter ist nicht gedeckt! Ja, aber die Schulter macht eigentlich auch nicht so viel Schaden, oder? Äh, Hitboxen gibt es glaube ich nur 3! Tut trotzdem weh! Oder 2? Nee, 3! Ah, das wollte ich meine Schulter 2 early sein! Nee, 3! Ja, early! Toll, danke! Tamal! Das war jetzt nochmal Rookleiner-Animation! Geld wegschnipsen! Also, die Patronenhülsen, die bei Ihnen... Ja, da sollen mal 3 Patronen fallen! Das war's! 15 Euro! Wow! Ja, Mensch! Da wär mir einiges geileres eingefallen! Das sollte schnell gehen und viel Geld bringen! Von daher... Ja, wenn wär's zum Beispiel gewesen, würde er eine Granate oder irgendwie sonst in seine Hand hochgehen lassen! Rook? Ja! Ja! Aber warum Rook? Ja, weil er seine Animation, weil der so stark ist, weil er... Aber das würde er eher zu... äh... äh... Montage passen! Weil er so stark ist! Nein, weil er so stark ist! Nein, weil er so stark ist, weil er so stark ist! Der kann sich Sportfaster alleine heben! Ja! Wow! Der Stärkste im Klassen! Der ist der Stärkste! Mit der Schönste! Mit der Schönste! Es ist Rook! Rook! Hat er eigentlich auch ne Glatze? Rook! Rook! Sehr gut, egal! Rook! Rook! Ich hab ja gar kein Viehfachwissen auf Manu! Haben wir überhaupt schon Westen? Ja, die liegen hier die ganze Zeit, aber das hat sich halt keiner genommen, ne? Haben wir gesehen, dass du sie gerade gelegt hast, als ich gefragt habe! Ich hab's gehört! Liegt noch! Oh Gott! Irgendwo ist aufgegangen! Oben! Dann hinter euch, oder? Also Richtung Osten! Hä? Ja! Das Side-Window ist auf! Wieso kommt dann keiner durch die Haupttür? Oben ist einer! Oh ne, Fuse! Hallo, wo bist du? Okay! Zwei Leute sind oben! Oh! Einer ist an der Treppe jetzt! Und der andere ist nach vorne gelaufen zur Doppeltreppe! Übers noch nicht, oder? Er kommt runter! Ja, ich seh! Drückgelaufen läuft oben! Er ist jetzt an der Tür, er kommt wieder zur Treppe! An der Treppe, er kommt runter! Hab ihn! Einer liegt hinten, äh, auf dem Gang, ich mag ihn! Da liegt er! Second floor! Ist Fuse! Er ist jetzt in den Raum da reingegangen, in den Dingensraum hier! Wartungsdingen da! Scheiß Raum! Kleine Fuse! Komm, Fuse doch mal! Hau ab da! Sagt's ja dann! Meine Kämpfe! Meine Punkte! Ich glaube, es geht los hier! Ja, jetzt kannst du die Kämpfe an! Ich bin die ganze Seite! Was machen sie denn jetzt auch? Wach rechts neben mir im Raum! Sauberer Schnitt! Was kommt der denn her? War das Fuse? Nee, das war Thermite! Hast du erst early geschossen? Ich habe auf niemanden geschossen, ehrlich nicht! Also außer auf Thermite halt! Was willst du hier? Vogel! Hier rechts noch mehr ist einer, Dalu! Ey, was machen die für eine kurische Taktik gerade! Verstehe ich nicht! Boah! Hä? Hä? Muss er hin? Hä? Hast du den hier gekillt, Dalu? Nein, da war nie einer! Der hat auf mich geschossen! Nein, ich habe auf dich geschossen! Aber ich habe den doch gehört! Der... Warum ist das Licht hier oben? Was ist denn jetzt mit Fuse? Der regt mich auf! Der ist oben! Wer von euch mit der Shotgun hat? Der ist hier genau über mir! Fuse hat keine Stoff! Oh lol! Ey, du hast mich so erschrocken gerade! Ja! Und du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht damit! Du hast mich so... Du hast mich so erschrocken gerade! Ich habe gerade den feuchten! Null mehr auf den Raum konzentriert, weil du Arschgeige! Du Arschgeige! Ey, du kannst schon der Seine in der Hand gestanden! Ich habe gesagt, ich habe echt das Messer im Hals! Oh, jetzt kommt ein guter Tscheine! Da bin ich heute weit durchgekommen hier! Nimm das MG! Ne, ich bin die AUG! Die Stire AUG! Wer hat das hier gefallen mit dem Class? Muss ich echt sagen! Ach, egal! Wo steht 1-1? Wir haben nichts um reinzukommen, ne? Gar nichts! Ja, mach mal auf Sieg hier! Anlauf! Eine haben sie noch eine Chance! Ah, sorry, Early! War natürlich jetzt nicht mit Absicht, ne? Jajaja Early wurde heute schon übelst oft gekillt von uns, oder? Ja, übelst oft zweimal! Ja, weil er immer so sportlich unterwegs ist! Ich bin immer sportlich unterwegs! Ja, so in gleicher Raum wie wir! Das war oben, ne? Ne, achi! Achi! Und jetzt geht auch noch auf! Huhu! Es sind überall Bücher drinnen! Oh fuck! Wo sind denn da Bücher? Das sind Archiv! Das sind Ordner, du Bodo! Ja, Ordner, Bücher, Blätter, sind Bücher! Das ist ja nur Ordner! Nennt sich Archiv! Ach! 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 Meine Cam, nein! Bleib bei mir! Hä? Jetzt ist... Ja, ich möchte sie benutzen! Hallo, Enter! Ah nee, ist der Letzte! Sie ist wahrscheinlich gejammt! Alex, Granade! Vorsicht! Nein, ich bin gejammt! Gejammt? Oder gejammt! Ja! Wieso macht der eigentlich nicht die Camps da vorher? Was bringt doch alles Funk? Vorraumfrei! 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 Ach shit! Pass out! Wo war hier nochmal die Cam verfickte Scheiße! Wie war denn das? Ja! Sind die verkackte Cam nicht! So! Wäre schön, wenn jetzt einer guckt von denen! Max, ich komme mal zu dir! Hm... Einer ist glaube ich oben, oder? Hab ich das gerade richtig gehört? Was? Ich schieße immer noch ein bisschen durch die Wände! Sagst du nicht? Äh... Ja, das weit räuchts leider! Also... Wenn er piekt, ist er... Jetzt nicht mehr tot, weil es davor ist! Ja, so sehe ich noch was! Ja, so sehe ich noch was! Wenn er einmal piekt, ist er weg! Ach, jetzt haben sie verstärkt! Geh mal hier auf! Über euch! Ach ne, es ist early! Okay! Ach, wow! Wer ist bei mir? Dalu? Geh mal hier oben auf! Ich gehe rein! Äh... Die haben alles verstärkt! Ist der zu abgehauen da vorne? Ich kann mich dazwischen stellen! Ich stelle mich dazwischen! Die sind zu dritt mindestens da dran! Die werben eine Granate rein! Vorsicht sagt sie! Die sind zu viert da drin! Ey, die sind alle da drin! Jaaa! Eins, zwei, drei, vier, fünf! C4! Max, ne, Vorsicht doch! Das Wind ist das Schild weg! C4 liegt dort! Jetzt liegt er nicht mehr dort! Mach mal Ander! Einer down! Ach Gott! Einer low! Na ja, einer ist direkt hinten! Ja, einer ist direkt hinten! Okay! Die ist jetzt hochgegangen! Hä? Der Junker rechts! Der Junker rechts! Einer komplett links! Der Junker down! Der Typ ist links! Der Junker down! Genau da steht er! Steht immer noch dort! Da stehen zwei! Zwei! Zwei Mann stehen dort! Drei Mann! Zwei Mann! Weg! Du kommst da von hinten! Du solltest nach links weggerufen! Mach! Hast du nicht gesagt! Du hast gesagt MOVE WEG! Jaa! Er ist halt nach hinten geboof! er kann durch den schrank hier durchgucken durch diese kleinen da haben wir die runde noch eine taktik waren alle fünf im raum drin also zum großteil aber das ist die fit ist immer nicht so sehr schlau die defense war jetzt nicht schlecht ja wir alle hätten zwei drei leute taktisch gute granaten geworfen hätten wir auch ein paar geholt ich meine angenommen wenn alle in einem raum sitzen ein links gehabt im raum und einen rechts von uns jetzt einen und einer hätte geführt dann wenn die alle weg gewesen hätte gereicht wenn wir noch ein termite gehabt hätte ich hatte heute und ich habe schon wieder sechs käse heute läuft dann nehme ich denn noch mal jemand was nein ich will meine waffe noch ändern was hat er kann haben die genau da hat direkt zu zum release geile schon die die one hit wonder super ist das super nuwander super nuwander ich war mal das ist dumm wenn wir das machen hatte der mann nicht hatte der mann nicht mehr panzerplatten wer 3 3 3 stück damals mehr gab nein meine weste kannst du hier nach einer hin machen ja der dropper der dropper hier drüben ist auch noch offen ich hoffe dass jetzt hier kommen ich habe ich glaube sie laufen hier hoch wo ich bin ich bin nicht gespawnt haben wir eine info zum sparen der haupttür eigentlich sein hauptgrund oder ja das ist weg also vorne alles okay nach unten nach unten geradeaus ja doch doch leider und ich bin am arsch naja über die ne also ja ich wurde eine runde gespottet wurde aufgegangen meinst du vielleicht wo aber da das ist zu glauben der dropper hinten ist auf bei mir ist das bei mir schön neun kills hier schlecht mein lieber herr gesangsverein joach das war schon wieder mit reino 6 wenn es euch gefallen hat guckt bei den anderen vorbei und wir sehen uns das nächste mal tschüss tschüss